In der Welt von One Piece stehen große Enthüllungen bevor, das Jahr 2023 ist nun zu Ende und es ist unglaublich viel passiert. Was steht allerdings 2024 an? Worauf können wir uns einstellen und welche Hinweise hat Oda diesbezüglich schon gedroppt? Wir sprechen heute über alles, was in dem kommenden Jahr so passieren könnte. Und falls ihr natürlich nichts mehr zu One Piece verpassen wollt, ihr wisst was zu tun ist, Kanal abonnieren, Daumen nach oben wäre korrekt. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Podcast, los geht's! Das One Piece Jahr 2023 ist nun nach wie vor zu Ende. Wir haben allerdings schon ein Kapitel aus theoretisch dem neuen Jahr, das gab es ja jetzt Early, da waren Early Leaks am Start. Jedenfalls, wenn wir uns 2023 rückblickend einfach mal anschauen, dann war das natürlich ein sehr sehr großes Jahr, nicht nur Manga-Technik. Auch der One Piece Anime hatte sein Highlight mit Gear 5, das Ende von Wano Kuni, der Kampf gegen Kaido und so weiter. Wano Kuni ging weit über vier Jahre mittlerweile oder ganz gut über vier Jahre und das war natürlich schon ein absolutes Brett. Wano Kuni war schon ein sehr sehr großer Arc, gerade aber auch der Manga, der hat sich nicht lumpen lassen, hier ein absolutes Fest hinzulegen. Für mich persönlich muss ich eigentlich sagen, wirklich das beste One Piece Manga ja seit etlichen Jahren. Also ich persönlich muss ganz klar sagen, mir gefiel dieser neue Schreibstil, den Oda jetzt an den Tag gelegt hat, gerade mit der finalen Saga, wo Oda jetzt sehr sehr oft hingegangen ist und immer wieder Schwenker mit eingebaut hat. Wo wir immer an die verschiedenen Orte der Welt gegangen sind, die verschiedenen Camps uns angeschaut haben. Das war schon ziemlich interessant, das war ja etwas, was wir so in One Piece gar nicht kannten. Ja sowas gab es ja eigentlich nicht großartig früher und da hat man natürlich ganz klar gesehen, dass wir uns in der finalen Saga befinden und dass Oda viele Camps gleichzeitig vorbereitet hat. Ja und das war etwas, was ich persönlich absolut feier fand, das hat mir sehr gut gefallen, weil man natürlich nicht nur an einem Ort die ganze Zeit gechillt hat, man hat natürlich sehr sehr viele Perspektiven sich anschauen dürfen und mit dieser Art, die Oda in den Tag liegt bezüglich seines neuen Schreibstiles, da geht man selbstverständlich hin und macht oder formt so einen Charakter von diesem Battle Royale, was Oda natürlich auch selber angekündigt hat. Das kommt jetzt, denn wir befinden uns langsam im Finale und dieser große Kreis, der nun mal typisch für ein Battle Royale ist, der fängt langsam aber sicher an sich immer weiter zusammenzuziehen und die jetzt noch übrig gebliebenen Charaktere, die werden früher oder später nach wie vor auch irgendwann aufeinandertreffen. Ich meine, wir haben jetzt hier noch große Charaktere übrig, klar einige wurden vorerst auch schon rausgenommen, ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass der ein oder andere Charakter wie Trafalgar Law oder Eustace Captain Kit, die ja jetzt rausgenommen wurden durch eine Niederlage, dass diese im großen Finale nochmal eine Rolle kriegen werden, wenn es in Richtung finaler Krieg gegen die Weltregierung, Emo, die 5 Weisen und so weiter geht. Wenn wirklich dieser absolute finale Krieg hier wirklich rißt, dass die dann natürlich hier nochmal eine Rolle kriegen, gerade Trafalgar Law, ein Charakter, der hier natürlich sehr hoch angesetzt ist. Es ist allerdings so viel passiert, wenn ich über alle einzelnen Punkte spreche, das wird ja ein 2-3 Stunden Podcast, ja, gehen wir kurz auf die einzelnen Punkte ein. Der große Blackbeard Plot, natürlich gerade der Kampf der Blackbeard Piraten gegen Garp, die Situation mit Corby und so weiter, ist natürlich eine Vorbereitung auf das, was Oda jetzt bei der aktuellen Shonen Jump so angeteased. Haben könnte, ja, oder sagt ja, dass diese und jene Person gegeneinander endlich antreten werden. Einer dieser beiden Personen ist mit Sicherheit Blackbeard, das ist glaube ich so relativ safe, dass Blackbeard hier im Jahre 2024 mit einer der zentralen Charakter sein wird. Denn wenn wir uns mal so anschauen, was Blackbeard sich so geleistet hat in den letzten Wochen, Monaten, beziehungsweise im letzten Jahr, dann ist das natürlich schon einiges. Denn das Hauptziel von Blackbeard war irgendwie die Freunde oder auch teilweise die Familie von Ruffy, ja, wenn wir uns einfach mal vor Augen führen, wen, was Blackbeard eigentlich alles angegriffen hat. Das war schon enorm viel. Es hat ja angefangen auch mit der Entführung von Pudding, ist eine Freundin der Strohhüte, dann natürlich der Kampf gegen Boa Hancock, beziehungsweise die Versuch der Entführung von Boa Hancock, wo ja Rayleigh glücklicherweise vorher eingetroffen ist. Dann natürlich die Entführung von Corby, wir haben jetzt die Niederlage von Trafalgar Law, also Blackbeard hat Law erledigt, hätte ihn auch fast gekillt. Dann jetzt auch die ganze Situation mit Gab, der ja immer noch bei den Blackbeard-Piraten ist und sein Aufenthalt, beziehungsweise sein Status unbekannt ist. Also wenn wir uns die ganze Historie von Blackbeard jetzt in den letzten Jahren einfach mal anschauen oder jetzt im letzten Jahr war das sogar fast alles, ja, dann ist das schon enorm. Also Blackbeard hat schon sehr, sehr viel Scheiße gebaut und es fehlt halt wirklich einfach nur dieser springende Hinweis, dass Ruffy all das erfährt. Weil wenn Ruffy all das erfährt, dann wird Blackbeard seine Priorität Nummer 1. Wir alle wissen, wie Ruffy darauf reagiert, wenn man seine Freunde oder auch seine Familie angreift, ja. Und Blackbeard hat da ein Rekord, wie es sonst noch keiner hinbekommen hat, sich mit Ruffys Freunden oder Familie anzulegen. Also das ist schon unglaublich, was Blackbeard hier alles geleistet hat. Und wenn es jetzt natürlich dahin geht, dass man Blackbeard als finaler Piraten-Antagonist hier vorbereitet für den Kampf um das One Piece, dann ist vielleicht sogar halt der Kampf gegen Shanks hier auch noch etwas, was halt aussteht, ja. Und normalerweise sollte man sagen, oh, Blackbeard sollte Shanks nicht erledigen dürfen oder können. Allerdings ist diese Hinterhältigkeit von Blackbeard etwas, was ihn halt so gefährlich macht, ne. Ich meine, Shanks hat ja schon eine Narbe durch Blackbeards erlitten und wir wissen alle, wie hinterhältig Blackbeard sein kann. Das bedeutet, er könnte da die dreckigsten Tricks oder Moves anwenden. Er müsste Shanks nicht aufgrund seiner Stärke irgendwie übertreffen. Er könnte irgendeinen dreckigen Plot planen oder Sonstiges und Shanks damit halt einfach hinters Licht führen. Ich persönlich muss ganz klar sagen, der Kampf Blackbeard versus Shanks ist schon lange angeteased, ja. Wenn wir uns Marineford anschauen, ja, dieses Standing, ja, wo die gegenüber gestanden haben und Blackbeard gesagt hat, jo, wir sind noch nicht so weit. Die Narbe von Shanks, ja, Shanks, Blackbeard, die beiden haben irgendwo noch ein Hühnchen zu rupfen. Deswegen diese Teases von Oder, die damals auch schon gedroppt wurden, die sind für mich in einer Position, die jetzt irgendwann auch umgewandelt werden müssen. Das heißt, die beiden werden vermutlich eines Tages kämpfen. Und wenn Blackbeard, so wie es halt einfach aussieht, ja, der finale Gegner für Ruffy sein wird, dann ist die Chance gar nicht mal so schlecht, dass Shanks hier vielleicht den Kürzeren ziehen wird. Klar, wirkt natürlich absolut utopisch, weil Shanks eine Übermacht halt einfach ist. Aber Blackbeard hat halt diese eine unbekannte Variable, dass er halt so hinterhältigen Scheiß macht, ne. Deswegen, ja, ist halt sehr schwierig, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Shanks hier Blackbeard erledigt oder Sonstiges, weil Blackbeard von Ruffy erledigt werden muss. Das ist halt so dieses typische Schonenprinzip. Blackbeard ist nun mal als finale Antagonist für Ruffy vorbereitet worden. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Oder das lösen wird, ja. Ich persönlich muss sagen, ich will auch nicht, dass Shanks gegen Blackbeard irgendwie verliert oder Sonstiges, ja. Ich sag mal so, vielleicht kommt Shanks auch weg, vielleicht ist es ein unentschiedener Job. Kann natürlich auch sein. Es geht mir eigentlich darum, dass wir nochmal enormer in Erfahrung bringen, wie gefährlich Blackbeard halt einfach ist. Denn wir wissen, Ruffy hat ja gesagt zu Shanks, dass er eines Tages eine Crew zusammentrommeln wird, eine Crew sammeln wird, die die Crew von Shanks übertreffen wird, ja. Das ist ja ein Versprechen von Ruffy, was er an Shanks gemacht hat. Und so könnte man das perfekt zeigen, ja. Da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder die Blackbeard-Piraten, die übertreffen die Shanks-Piraten. Egal wie, hinterhältig, dreckig, egal jetzt mal wie, einfach nur mal hypothetisch. Oder sie haben ein Unentschieden. Wenn Ruffy allerdings jetzt kommt, der wird niemals gegen Shanks auf den Tod kämpfen. Das wird nicht passieren. Die werden vielleicht einen Advanced-Königshacki-Clash haben oder sonstiges. Mehr wird aber auch nicht passieren, weil Shanks und Ruffy, das sind Freunde, ja. Shanks ist der Mentor von Ruffy. Die würden niemals bis auf den Tod kämpfen. Aber man könnte halt diesen Umweg gehen, dass Ruffy dann stellvertretend für Shanks dementsprechend die Blackbeard-Piraten erledigt bzw. besiegt. Das wäre eine Option, die ich persönlich hier für sehr realistisch halte. Deswegen finde ich diesen Umweg eigentlich ganz gut, denn ich persönlich muss einfach sagen, Leute, wenn man sich einfach mal so ans eigene Herz fasst und wirklich diese zwei Möglichkeiten in Betracht zieht, dass man sagt, okay, Ruffy kämpft gegen einen finalen Piraten-Gegner um das One Piece, gegen einen Blackbeard, der Shanks erledigt bzw. irgendwie übertroffen hat. Das wäre für uns Laser natürlich viel krasser, weil Blackbeard dann nochmal viel, viel gefährlicher wirkt, als einen Blackbeard, der gegen Shanks jetzt vor kurzem verloren hat oder schwitzig nur gegen Trafalgar Law, ich sag mal, durchgekommen ist. Also, versteht ihr, wie ich meine? Das wäre halt vom dramaturgischen her, vom Plotaufbau her, ja, es wäre halt einfach viel, viel spannender zu sehen, wieso ein jemand wie Blackbeard Shanks hinter das Licht führen konnte, was er für dreckige Pläne hatte und so weiter. Das wäre halt einfach spannender, ja. Ich denke, das ist eigentlich ganz easy zu verstehen. Und da bin ich natürlich gespannt, wie Oda das hier handeln wird. Es ist ja so, dass Oda die Blackbeard-Piraten hier auch schon auf Aircat Island hat mitpartizipieren lassen. Klar halten die sich jetzt noch so ein bisschen im Hintergrund, aber wir haben ganz klar, dass Blackbeard oder eines der Schiffe der Blackbeard-Piraten hier vor Aircat Island gesehen und die werden auf jeden Fall ihren Move machen. Ich habe ja so immer noch nach wie vor meine persönliche Theorie, nämlich, dass Blackbeard-Pudding nicht aufgrund ihres Drei-Augen-Stammes oder wegen der möglichen Fähigkeit, die ja gar nicht so sicher ist, die Pornoglyphil zu entschlüsseln oder lesen. Ich glaube, eher ist die Teufelssucht von Pudding, die das Ganze so für Blackbeard interessant werden lässt. Denn Blackbeard hat vielleicht vor, jemanden auf Aircat Island zu entführen, um dann natürlich mit der Teufelssucht von Pudding in die Erinnerungen zu schauen, ob es jetzt eventuell Nico Robin ist, die entführt wird, was natürlich auch noch offen steht. Oder ob es tatsächlich dann Saturn sein wird, was natürlich viel, viel krasser wäre, denn so ein bewusstloser Saturn, wenn man einfach in seine Erinnerungen schauen könnte, das wäre schon heftig, denn Saturn hat Wissen, was viel, viel deeper geht vermutlich als das Wissen, was auf Larvetail zu sein scheint. Ja, also wenn man einfach mal so einen Blick in die Erinnerung von Saturn werfen kann, dann erfährt man, glaube ich, so einiges über das verlorene Jahrhundert, Königreich und so weiter, Daddies etc. Ich glaube, dann hat man so einen allumfassenden Cheap-Code über die ganzen Ereignisse, die damals irgendwie passiert sind. Dann hat man wirklich ein Logbuch, was wahrlich heftig wäre, wenn man wirklich in die Erinnerungen von Saturn schauen könnte, über 800, 900 Jahre in die Vergangenheit. Ist aber nur in der Theorie möglich, in der Praxis müssen wir abwarten, wie das umgesetzt werden könnte. Ich persönlich fände halt einfach diese Wendung ganz gut, würde dem Ganzen nochmal ein bisschen die Spannung in die Segel hauen, das wäre doch absolut nice, wenn wir da so ein bisschen sehen könnten oder so, das wäre schon ziemlich crazy. Allerdings muss dafür Saturn selbstverständlich erst einmal besiegt werden und da kommen wir dann natürlich zum nächsten großen Punkt, nämlich der Aircat Island Incident, der jetzt denke ich mal auch in den nächsten Kapiteln wirklich angeschubst werden wird. Denn wir haben hier Saturn als Gegner, der hier selbstverständlich besiegt werden muss. Ist klar und ich persönlich denke, er wird auch besiegt werden, weil es einfach vom plottechnischen Ablauf her ist, ich sag mal perfekt, es ist halt einfach super gut zu sehen. A, wie krass ist Saturn, wenn er heftiger ist als ein Kaiser, muss der natürlich auch erst einmal hier übertroffen werden. Wir kriegen einen Sneak Peek, wie heftig die Große sind. Saturn könnte die Story, ich sag einfach mal, vom Progress her Richtung One Piece sehr, sehr positiv beeinflussen, weil man dann natürlich nochmal eine aktive Art hat hier gegen die Weltregierung um parallel vorzugehen, auch wenn Ruffy jetzt erst einmal das One Piece finden möchte, hat man hier nochmal die Weltregierung speziell mit drin, gerade wenn ein Große sich hier eingeschaltet hat. Selbstverständlich, Aircat Island, das ganze Wissen von Vegapunk, was ja irgendwo eigentlich noch beschützt werden muss, beziehungsweise gerettet werden muss, ja. Also dieser Aircat Island Incident, der ja angeteast wurde, der sagt ja voraus, dass die Welt ins Chaos gestürzt werden wird. Was da passiert, das wird absolut heftig, das wird etwas sein, was noch nie da gewesen ist. Ja, deswegen, da geht eigentlich nichts anderes, außer entweder Ruffy stirbt oder Gorosei Saturn stirbt oder wird besiegt. Also es können nur diese beiden Extreme sein und wir wissen, Ruffy wird nicht sterben, der wird überleben, ganz klar. Und er wird am Ende des Tages auch Piratenkönig und so weiter. Die Frage ist halt nur, wie wird das passieren? Ja, deswegen ist halt der Tod oder auf jeden Fall mindestens die Niederlage von Saturn hier relativ safe, dass hier Saturn sowie auch die Marine hier komplett, ich sag mal, vernichtet werden, das wäre halt etwas, was diesen Aircat Island Incident rechtfertigen würde. Daraus resultieren natürlich viel, viel mehr Konsequenzen, ja. Jetzt werden wir uns einfach mal überlegen, wenn Ruffy Saturn besiegen sollte oder generell die Strohhüte hier auf Aircat Island, Ruffy muss es per se nicht alleine tun, da bin ich persönlich jemand, auch wie gegen Kaido, der sagt, jo, Ruffy kann gerne Unterstützung haben, gar kein Problem. Sofern hat Ruffy den Final-Kamm wirklich alleine bestreitet, beziehungsweise da so mindestens seine 65, 70 Prozent an dem Kampf Teilhabe hat. Darüber hinaus kann er gerne von mir als Unterstützung und so weiter erfahren. Aber wenn man sich das vor Augen führt, welche Charaktere hier noch alles teilnehmen, das ist natürlich sehr interessant. Wir haben ja aktuell die Geschichte um Kuma und Kuma, der jetzt auch endlich aufgetaucht ist mit diesem ultra fetten Flashback, welches Wahnsinn einfach nur war. Also für mich persönlich mit der beste Flashback in One Piece ganz klar, gerade die Tragik um Kumas Charakter und dass Kuma für sich trotzdem den Frieden gefunden hat, das war schon etwas, was so wirklich alle Herzen berührt hat, das war schon einfach Wahnsinn, was Oda hier rausgehauen hat. Wie dieser Charakter Kuma in die Story eingepflegt wurde vor etlichen Jahren, wie dieser Charakter sich entwickelt hat und was auch dieser Charakter dann durchlebt hat, ja alles so aus seiner Sicht zu erfahren, das ist natürlich eine super krasse Sache. Dann selbstverständlich die Verbindung zu Bonnie, ich persönlich bin ja ohnehin schon jemand, der vermutet, dass Bonnie in die Strohhutbande kommt. Da habe ich schon vor über einem halben Jahr ein Video dazu gemacht, dass ich das für sehr sehr wahrscheinlich halte, weil es halt einfach perfekt passt. Die Verbindung zu Nika, ja diese Reaktion darauf etc. steht ja auch noch aus. Ja, Kuma, Bonnie, die zusammen Ruffy sehen als Nika, der sie befreit. Ja, also diese ganze Belohnung, nenne ich sie jetzt einfach mal, die kommt da jetzt erst noch, ja also wirklich das Ergebnis dieser wochenlangen Vorbereitung oder dieser wochenlangen Begleitung von Kumas Geschichte. Ja, diese Belohnung oder das arbeitet natürlich auf einen Punkt zu. Kuma, der jetzt hier auftaucht, um Bonnie zu beschützen, der es wahrscheinlich nicht schaffen wird, ja sind wir ehrlich, der wird jetzt hier vielleicht seinen Moment bekommen. Allerdings wird danach erst einmal nicht mehr viel passieren. Kuma wird oder kann Saturn, denke ich mal, nicht besiegen und dann wird Ruffy dann in diesem richtigen Moment kommen und die beiden befreien, ja und wir wissen, irgendwo oder irgendwo drin in Kuma befindet sich Kuma noch. Er hat A, Haki benutzt und B, er hat noch seine Teufelskräfte. Das habe ich in meiner Review relativ ausführlich erklärt, warum Kuma noch irgendwo in Kuma schlummert. Ja, dass der vielleicht nochmal zurückkommt und dass die beiden dann doch vielleicht noch ein Happy End haben könnten. Wenn Kuma kein Happy End erwartet, dann zumindest Bonnie, denn die wird dann mit den Stroh mitsegeln. Das ist für mich dann relativ safe. Aber der Kampf gegen Saturn und das Ergebnis darüber hinaus führt dann natürlich zu weiteren heftigen Ereignissen, denn wir können ziemlich sicher sein, dass Vegapunk dann safe ist. Das Wissen von Vegapunk safe ist. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, dass Monkey D. Dragon, der aktuell noch theorisiert, oh, wo könnten die jetzt alle sein? Wo könnte Kuma hingeflogen sein? Der eigentlich durch einen Tipp von Sabo, der eigentlich darauf kommen müsste, dass die ja alle auf Egghead Island sind. Wir wissen, Sabo hat Bonnie auf der Reverie getroffen. Wir haben dann natürlich die Information, dass Vegapunk kurz vorher mit Dragon gesprochen hat. Dass Vegapunk gesagt hat, oh, ich werde vermutlich sterben. Wir haben Sabo, der eine Vivre-Card von Ruffy hat. Wir haben Sabo, der eine Info oder News an Ruffy bringt. Also es dürfte eigentlich bald der Groschen bei Dragon fallen, wo sich die Leute befinden, wo halt wirklich gerade die Kacke am Dampfen ist. Deswegen, es ist glaube ich nur eine Frage der Zeit und ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Jahr 2024 tatsächlich auch Dragon sehen, der sich auf den Weg nach Egghead Island macht. Genauso wie Sabo. Ja, denn Oda hat diese Charakter diesbezüglich vorbereitet. Das ist ganz klar. Sabo muss Ruffy in den News überbringen. Das ist eine Sache, die auch sehr wichtig ist. Ist auch ein sehr großer Punkt in diesem Jahr 2023, ja, Sabo auf der Reverie, das war natürlich unglaublich und die daraus folgenden Konsequenzen beziehungsweise Folgen, die jetzt hier in diesem nächsten Jahr vermutlich auch nochmal eine Rolle spielen werden. Denn welcher Charakter wäre perfekt dazu geeignet oder gedacht Egghead Island, was ja eine Himmelsinsel ist, mit dem ganzen Wissen von Vegapunk zu verteidigen, beschützen, zu verstecken? Das ist natürlich Dragon. Der hat ja natürlich eine windähnliche Teufelshoch. Der könnte diese Himmelsinsel, ich sag mal, verschieben und verstecken, saven Vegapunk. Der muss im Nachhinein selbstverständlich zur Revolutionsarmee. Der hat sonst keinen anderen Platz. Wir wissen, Vegapunk und Dragon sind jahrzehntelange Freunde. Die planen schon seit Jahrzehnten etwas ganz Großes. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen, das führt auch irgendwann noch ineinander oder zueinander. Deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, dass Dragon irgendwann auf jeden Fall hier eine Rolle spielen wird. Gehen wir natürlich weiter zu dem großen, interessanten und spannenden Punkt. Das ist natürlich das Kopfgeld von Ruffy oder generell das Kopfgeld der Strohhüte. Und klar, die aktuellen Kopfgelder, die stehen für mich persönlich in keinem Verhältnis zu dem, was sie auf Wano Kuni geleistet haben. Ja, stärketechnisch haben alle natürlich jetzt von den Strohhüten, ich sag mal, viel höhere Kopfgelder verdient. Selbst ein Frankie oder Brook, was die geleistet haben, Wano Kuni war schon ziemlich riesig. Und gerade jetzt hier Zoro, Sanji, Jinbei, gerade Ruffy. Das sind natürlich Charaktere, die ein enorm höheres Kopfgeld verdient hätten von der Stärke her. Und ich sag mal so, wenn sie ein Gorosei hier besiegen und hier generell die Marine erledigen. Ja, Kizaru ist ja auch augenscheinlich besiegt. Das ist ja auch nochmal eine große Frage, was mit diesem Charakter ist. Allerdings hat man dann natürlich Kopfgeldtechnisch hier das Potenzial nach oben zu steigen. Ruffy, der vielleicht auf die 4, 4,5 Milliarden kommt da. Und Zoro, Sanji und Ko, die dann auch auf ihre 2 Milliarden bis 3 Milliarden kommen, dass man da natürlich hingeht und den Strohhüten endlich mal so diese wohlverdienten Kopfgelder endlich mal überlässt. Das wäre, glaube ich, etwas, was ziemlich, ich sag mal, für Freude in der One Piece Community sorgen dürfte. Ich persönlich finde allerdings diese Kopfgelder, die aktuell da sind, die sind zwar hoch, ganz klar, aber die sind nicht in dieser Sphäre, wo man sich die jetzt eigentlich vorstellt. Stärketechnik wissen wir alle, haben die viel mehr drauf, als dass die Kopfgelder jetzt hier irgendwas oder einen Rückschluss bieten, wie stark die aktuell sind. Ja, die Kopfgelder sind absolut underrated, finde ich persönlich. Deswegen bin ich da gespannt, was Oda da als nächstes droppen wird. Und da kommen wir dann natürlich auch wieder zu Blackbeard zurück, ja, denn Blackbeard musste auch irgendwo eine Steigerung kriegen. Klar, der hat jetzt Trafalgar Law erledigt. Die Blackbeard-Piraten per se haben Garp besiegt, ja, Korbi entführt und so weiter. Aber so ein, ich sag mal, Kampf gegen Shanks, den Blackbeard mindestens überlebt, da mindestens irgendwie einen Unentschieden raus hat, da kann Blackbeard auch eine große Steigerung kriegen. Denn ich persönlich finde, Blackbeard sollte schon immer ein höheres Kopfgeld als Ruffy haben. Faktisch, um Ruffy symbolisch dahinzustellen, zu sagen, yo, ich habe Blackbeard übertroffen, um dann natürlich nach dem Kampf gegen Blackbeard ein höheres Kopfgeld zu kriegen. Deswegen, ich glaube, mit dieser Kopfgeld-Thematik hat Oda schon einen sehr, sehr guten Plan, ja. Da müssen wir abwarten. Jedenfalls, glaube ich, Kopfgeld-Technik wird das absolut reinknallen, ja. Dieser Aircat Island-Inzident, der alles ins Chaos stürzen wird, der wird Kopfgeld-Technik bei den Ströten maximal reinknallen. Also, die werden eine richtig große Erhöhung bekommen. Und wenn wir in Richtung Ende von Aircat Island gehen, dann wird sich vermutlich auch einiges bei den Verbündeten getan haben. Gehen wir mal kurz auf den Charakter Kizaru ein, ja. Kizaru ist der ein Charakter, der in diesem Arc ziemlich aus sich rausgekommen ist, obwohl das oberflächlich eigentlich nicht wirklich getan hat. Allerdings hat man hier die Verbindung zu Vegapunk und so weiter. Sentomaro, Bonnie, Kuma, der den Nika-Tanz getanzt hat und so weiter. Da hat man natürlich die Vermutung, dass Kizaru eines Tages wirklich die Seiten wechseln wird. Fände ich persönlich gar nicht mal so schlecht, denn Kizaru ist als Charakter hier gerade in diesem Arc jemand, wo man gar nicht mit gerechnet hätte, dass der so eine Deepness noch bekommt, beziehungsweise dass Kizaru so eine Relevanz noch kriegt und dass der wirklich jetzt hier hoch gehandelt wird, dass man sagt, ey, der wird die Seiten wechseln, ja. Wenn man das mir vor zwei, drei Jahren oder so gesagt hätte, ja, what the fuck, da hätte ich einem den Vogel gezeigt. Ich denke, viele von euch hätten genauso damals noch reagiert. Also, dass dieser Charakter jetzt nochmal so eine Perspektive bekommt, dass er wirklich der Marine den Rücken kehrt oder zumindest dem System den Rücken kehrt, weil er selber sagt, er ist ja nur ein Zahnrad im System, obwohl Kizaru ein Charakter ist, der stärketechnisch eigentlich viel, viel mehr, ich sag mal, bewirken könnte in dem System, dass Kizaru das selber erkennt, dass er wirklich dann final die Seiten wechseln wird. Zumindest, dass er dann vielleicht bei der Sword-Einheit sein wird oder dass er bei der Revolutionsarmee ein bisschen mehr auf Vegapunk aufpasst, ja, dass vielleicht Kizaru derjenige sein wird, der wirklich für Vegapunk-Schutz sorgen wird, ja. Ich bin gespannt, wo Kizaru am Ende des Tages seinen Platz finden wird, ja. Wenn er nicht bei den Swords seinen Platz finden wird, dann denke ich mal so als Freiheitskämpfer wie Kusan, dass er auf Vegapunk aufpasst, ja. Also, da bin ich mal gespannt, welche Rolle Kizaru einnehmen wird, denn es ist ja nichts Neues, dass die Admiräle im Groben und Ganzen so ein bisschen rebellieren. Schauen wir uns Fujitora an oder Kusan, ja, beides Admiräle, die so gegen dieses aktuelle System der Weltregierung rebellieren und dagegen sind. Warum nicht also auch Kizaru, ja. Also, ich bin ein sehr großer Kizaru-Fan. Ich denke, die meisten von euch wissen das. Und ich freue mich auf, egal was Oda mit diesem Charakter vorhat, selbst wenn Kizaru ehrenhaft hier sich opfert für irgendwas, für Nika, für Raffi oder Sonstiges, bin ich komplett fein mit. Also, ich freue mich sehr darauf, ja, was Oda hier mit Kizaru vorhat, welchen Plan er mit Kizaru verfolgt. Denn nicht umsonst sind diese ganzen Hinweise, dass er den Nika-Tanz getanzt hat, dass er befreundet ist mit Sentomaru, Bonnie, Vegapunk und so weiter, dass die irgendwo schon eine sehr interessante Beziehung zueinander haben, ja, dass es Freunde sind, ja, dass die sich schon Jahre kennen, ja, also das ist, glaube ich, schon etwas, was eines Tages wirklich in die emotionale Schiene geht. Da bin ich mal gespannt, wie Oda das hier handeln wird. Leute, das Jahr 2024 wird sehr, sehr groß werden. Ich freue mich sehr auf die sehr, sehr heftigen Ereignisse, die uns da erwarten werden. Gerade der Ausgang des Ackett Island Incidents, der Kampf gegen Saturn, der Sieg der Strohhüte und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Strohhüte hier eine Niederlage erfahren werden. Vielleicht wird Ruffy das eine oder andere Mal, wie halt immer bei dem finalen Antagonisten, vielleicht wird er ein paar Mal reinkacken. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass Oda ziemlich oft oder sehr häufig diese Exhaustion von Ruffy so droppen wird, dass er immer wieder platt ist, dass er immer wieder Essen braucht. Er war, das ist halt irgendwo nervig, weil gerade bei Ruffy ist das etwas, wo es halt die ganze Zeit passiert. Bei anderen Teufelshofen und Zern ist es halt so selten der Fall, aber immer bei Ruffy. Ich hoffe, das hält sich so ein bisschen in Grenzen und Ruffy zeigt jetzt wirklich mal, dass er hier Kaiser ist und dass wir zumindest, ja das ist mein Wunsch, dass wir einen Advance-Königs-Arge gleich zwischen den beiden sehen. Ja, also den beiden, das muss kommen. Also das muss kommen, das wünsche ich mir sehr und ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr passieren wird. Leute, umso mehr bin ich gespannt, was ihr denkt, passiert nächstes Jahr in One Piece. Was glaubt ihr, passiert 2024, für die, die den Podcast nach 0 Uhr sehen, ja dann, was passiert dieses Jahr in One Piece, was glaubt ihr? Schreibt mir mal all eure Punkte in die Kommentare, vielleicht mache ich dazu dann auch nochmal ein Video zu jedem einzelnen Punkt. Und dann Leute, was ist eigentlich, ja das Jahr ist zu Ende. Ich bedanke mich natürlich sehr für euren Support in den letzten Jahren, nicht nur dieses Jahr, auch die letzten Jahre. Immer wieder eine Ehre, euch mit One Piece-Stuff zu versorgen und natürlich das Ganze so als Community zu betreiben. Deswegen Leute, ich wünsche euch natürlich allen einen guten Rutsch, passt natürlich auf, bleibt mir auf jeden Fall gesund, rutscht gut rein, ja verbrennt euch nicht die Finger, sprengt die euch nicht weg oder sonstiges, wäre zu schade. Deswegen Leute, passt bitte auf und rutscht mir natürlich gesund in das Jahr 2024 rein. Und natürlich Leute, es kommen die Vorsätze, ja, was habt ihr für Vorsätze? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin gespannt, was ich da zu lesen bekomme. Ich habe natürlich auch so meine Vorsätze, aber wir werden hier gemeinsam weiter durchziehen. Ja, nächstes Jahr wird ein großes, ja, ein noch größeres, ja, ich freue mich sehr drauf und dann hören wir uns Leute, nächstes Jahr hören wir uns wieder, ja, das klingt jetzt so weit weg, aber ist gar nicht mal so weit weg. Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen noch was, wir hören uns die Tage wieder, macht's gut, haut rein. Ciao und tschüss.